Hi, endlich ist es soweit. Wir wollen unser Gewinnspiel auflösen für unsere beiden Sparbrennen von Purple Flame. Ich habe mir allerdings heute den heißesten Tag dafür ausgesucht. Heute sollen 40 Grad werden. Aber versprochen ist versprochen und ihr seid neugierig, ich bin neugierig. Und wer gleich die beiden Gewinner von den beiden Sparbrennen sein werden, das werden wir gleich sehen. Ja, ich benutze ja dann wie immer in meinen Auslosungen sozusagen den YouTube Rundown Picker. Und da werde ich ja die URL von dem Video einfügen und dann startet man ja und dann wählt das System ja zwei oder erstmal einen Gewinner und dann machen wir den zweiten Gewinner. Und dann müsst ihr mir ja einfach nur ne E-Mail schreiben und zwar werde ich das alles unter dem Video verlinken. Also sprich meine E-Mail-Adresse, wo ihr mir bitte schreibt dann, damit ich, also eure Postanschrift, damit ich das dann verschicken kann. Das werde ich dann auch relativ schnell verschicken, damit ihr loslegen könnt. Genau, seid aber bitte nicht enttäuscht, wenn ihr nicht gewonnen habt. Das wird ja nicht das letzte Gewinnspiel sein, da werden wir noch welche machen, auf jeden Fall. Ich würde mich natürlich freuen, wenn ihr den Kanal noch mal teilen würdet, Daumen hoch. Würde mich wirklich sehr freuen und natürlich für diejenigen, die nicht gewonnen haben, ich werde unten drunter noch den Rabattcode eingeben von mir, Dennis ABZ bei Amazon. Und da könnt ihr dann, wie gesagt, 25% auf dieses Sparbrinne bekommen. Und für diejenigen, die jetzt sagen, ja, die kriegen wir auch günstiger von anderen Herstellern, ja, bekommt ihr. Aber das hier kann ich euch wirklich nur empfehlen, weil die echt geil sind, also von der Qualität richtig gut, was die anderen eventuell nicht so sind. Aber das ist auch nur meine Meinung und deswegen starten wir jetzt mit unserer Auslosung. Ja, dann sind wir jetzt hier bei mir auf meinem Kanal und werden oben die URL kopieren und gehen dann in den YouTube Random Picker. Hier werde ich das eingeben und dann gehen wir hier unten auf Comments. So, wir haben 81 Kommentare und hier gehen wir dann mal auf Start und werden den ersten Gewinner ausfindig machen. So, da haben wir einmal den Thorsten K-Punkt und bitte schick mir deine Adresse an, meine E-Mail-Adresse, die ich unter dem Video verlinke. Und dann werde ich dir das schnellstmöglich zukommen lassen. Also von mir auch erstmal herzlichen Glückwunsch. So, dann ziehen wir mal den zweiten Gewinner. Da haben wir mal Leuchtberg-BBQ. Ja, also euch herzlichen Glückwunsch. Und ja, ich hoffe, dass ich das mal bei euch sehen kann, wie ihr den verwendet. Also, schickt mir bitte eure Adresse an, meine E-Mail-Adresse, die unter dem Video ist, kennt ihr ja bereits. Und ja, wie gesagt, auch euch werde ich das dann schnellstmöglich zukommen lassen. Ja, also von mir abschließend nochmal herzlichen Glückwunsch an die beiden Gewinner für die Sparbrände. Und ja, schön, dass ihr mitgemacht habt an euch alle. Vielen Dank, dass ihr meinen Kanal so unterstützt. Freut mich wirklich sehr. Und ja, demnächst kommen ein paar Videos, aber das ist alles noch in Arbeit. Und da schauen wir mal, wie ich das alles hinkriege. Und wie gesagt, seid nicht enttäuscht. 25% Rabattcode. Unter das Video schreibe ich das Ganze. Für die von unter oder unter euch, die da noch Interesse dran haben. Und ja, wir sehen uns im nächsten Video. Macht's gut.